Hallo liebe Motorsport-Magazin.com-Freunde und Formel 1-Fans. Der Mensch erneigt dazu, schnell zu vergessen und zu verdrängen. Welche Themen sind aktuell in der Formel 1 präsent? Ganz klar, wieder erstarktes Ferrari, komplett neue Ära, extrem schwaches Mercedes, WM-Kampf zwischen Leclerc und Verstappen – all das sind die aktuellen Themen. Wenn wir nur wenige Monate zurückgehen, sah die Formel 1-Welt noch komplett anders aus. Da hat sich alles über das Skandalfinale in Abu Dhabi und Louis Hamilton gegen Max Verstappen geredet. Und vor allem im Mittelpunkt dieser ganzen Diskussion Rennleiter Michael Masi. Michael Masi, den gibt es inzwischen nicht mehr in der Rennleitung. Die FIA hat am System etwas geändert. Der neue Präsident Mohammed Ben-Sulayem hat Änderungen vorgenommen. Zusammen mit Generalsekretär Peter Bayer hat man das ganze System überarbeitet, aber eben auch das Personal. Aktuell spricht kaum mehr jemand über die Rennleitung und das ist ja an sich auch eine ganz gute Sache, denn die Rennleitung soll ja eigentlich überhaupt nicht im Fokus stehen. Sie soll dafür sorgen, dass der Sport im Fokus steht. Trotzdem wollen wir jetzt mal nach vier Rennen der Saison 2022 eine kleine Bilanz ziehen und uns das neue System mal ein bisschen genauer ansehen. Wir haben es eben schon erwähnt, Michael Masi ist Vergangenheit. Seine Position, die des Rennleiters, haben 2022 zwei Personen übernommen. Nils Wittig und Eduardo Freitasch, die alternieren jetzt als Rennleiter. Vier Rennen hatten wir. Viermal war Nils Wittig der Vorsitzende. Sollte die Corona-Erkrankung das jetzt nicht verhindern, wird er auch in Miami beim nächsten Rennen der Vorsitzende sein. Eduardo Freitasch ist gleichzeitig auch noch Rennleiter in der Vier-Langstrecken-Weltmeisterschaft, also der WEC. Deswegen gibt es da ein paar Kollisionen. Jetzt auch in Miami wird es so kommen, wobei da auch der Einsatz von Eduardo Freitasch fragt, die ist aufgrund der Corona-Erkrankung. Trotzdem fragen sich jetzt manche, warum wechseln die beiden nicht ab? Tatsächlich gab es da ein bisschen unterschiedliche Informationen zu Beginn. Erst dieses Zwei-Rennen macht Nils Wittig, Zwei-Rennen Eduardo Freitasch und dann wird einfach so rotiert. Jetzt ist es so, Nils Wittig hat die ersten vier Rennen gemacht, soll Rennen Nummer fünf machen und danach soll Eduardo Freitasch den Vorsitz für die nächsten Rennen übernehmen. Das Ganze haben sich die beiden zu Saisonbeginn alles aussortiert, um zu sehen, wer hat wann Zeit. Nils Wittig sollte er sowieso ohnehin, auch ohne die ganze Abu Dhabi-Geschichte mit dem Formel-1-Tross reisen. Er sollte die Formel-2- und Formel-3-Rennleitung übernehmen, deswegen ist er von den Terminen her immer da. Wenn Eduardo Freitasch im Einsatz ist, ist er sein Stellvertreter und umgekehrt. Außer eben bei Freitasch gibt es Terminkollisionen mit der WEC. Über Nils Wittig ist relativ wenig bekannt. Also klar, die deutsche Fangemeinde kennt ihn vielleicht aus ADAC, GT Maasas und DTM. Interviews gibt es aber so von ihm nicht, da versucht die FIA gerade sehr vorsichtig zu sein. Man will diese Position nicht wieder in das Zentrum der medialen Aufmerksamkeit rücken. Aber ein bisschen was können wir euch natürlich über ihn erzählen. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Vielleicht habt ihr zuletzt die Kommentare von Toto Wolf über Michael Masi gelesen. Er hat ja nochmal nachgetreten in einem Interview, einigermaßen unschön, hat Michael Masi vorgeworfen, überhaupt nicht auf andere Meinungen gehört zu haben, ein kompletter Sturkopf gewesen zu sein. Und das ist relativ lustig, wenn man bedenkt, was Nils Wittig nachgesagt wird. Nils Wittig ist vom Auftreten her sehr deutsch, lässt sich nicht gerne reinreden, was ja teilweise auch die Aufgabe eines Rennleiters ist. Da aber, wenn man mit den Leuten spricht, deutlich härter ist als sein Vorgänger, als Michael Masi. Das heißt, diese mangelnde Kompromissbereitschaft, die Toto Wolf Michael Masi im Nachhinein vorgeworfen hat, da bin ich mal gespannt, wie es bei Nils Wittig läuft. Und es wird Mercedes teilweise auch noch auf den Kopf fallen, dazu später noch ein bisschen mehr. Bei den Fahrern kommt das bislang einigermaßen gut an, wenn wir ein paar Themen ausklammern, zu denen wir eben gleich noch kommen werden. Ein Fahrer meinte sogar, er wünschte sich Nils Wittig, wer noch deutscher, als er ohnehin schon ist. Wenn man sich die deutschen Eigenschaften bei Vorurteilen so ansieht, die treffen alle relativ gut auf den neuen Rennleiter zu. Die beiden Rennleiter sind aber nicht die einzige Änderung am System. Es gibt ja auch noch den virtuellen Rennleiter. Es wurde extra ein Raum in Genf aufgesetzt, der quasi die Rennleitung unterstützt und da auch Monitore hat und das Ganze verfolgen kann. Von dem kriegt man bislang noch relativ wenig mit. Wir haben auch gehört, im Hintergrund dauert das einfach noch, bis sich das System einspielt. Auch die Rennleitung selbst kriegt da teilweise wenig mit. Bislang gab es allerdings noch keine richtigen brenzligen Situationen. Herbie Blash wurde reaktiviert. Er unterstützt die Rennleitung. Wir haben ihn am Wochenende auch schon getroffen an den Rennstrecken dieser Welt. Auch von ihm kriegt man relativ wenig mit, was ja an sich auch wiederum eine gute Sache ist. Zumindest im Rennen ist die Rennleitung noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Es gab relativ wenig Kontroversen bislang. Eine Kontroverse wurde aber im Fahrerbriefing zum Australien Grand Prix ausgelöst. Einerseits gibt es ja immer die Race Director Nodes, wo der Rennleiter auf gewisse Sachen hinweist. Er hat eine Sache klargestellt, auch beim Safety Car Restart. Die hat hauptsächlich Max Verstappen betroffen, ist aber keine große Geschichte gewesen. Die große Geschichte ist eigentlich eine Kleinigkeit und für viele eine Selbstverständlichkeit gewesen. In diesen Race Director Notes hat er nochmal auf den International Sporting Code hingewiesen, in dem steht, dass man keinen Schmuck tragen darf beim Rennfahren. Das hat Gründe, das hat Sicherheitsgründe und da geht es hauptsächlich um Metallteile. Lewis Hamilton, offensichtlich ja gepierced, hat gesagt, er kann sein Piercing ja nicht mal rausnehmen. Was soll er machen? Es hat eine Übergangsfrist gegeben. Die Übergangsfrist endet in Miami und da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Hintergrund ist ganz klar. Nils Wittig hat eine Agenda und die heißt Sicherheit. Dafür ist die FIA ja auch maßgeblich zuständig, für die Sicherheit in der Formel 1 zu sorgen. Und da hat die Expertenkommission, die Mediziner bei der FIA, haben da natürlich viele Tests gemacht. Und da ist immer wieder rausgekommen, dass es gefährlich ist, wenn man Metallteile am Körper trägt unter der feuerfesten Kleidung. Die erhitzen sich sehr stark. Es kann zu starken Verbrennungen kommen, wenn man die trägt. Und das soll einfach verhindert werden. Jetzt ist die ganze Thematik ein bisschen aufgeblasen worden. Ich glaube, selbst Nils Wittig hätte nicht damit gerechnet, dass es da so großen Widerstand gibt bei der Geschichte. Wenn es Louis Hamilton nicht rausnehmen kann, ist das natürlich auch eine Thematik, die lässt sich nicht so einfach lösen. Im Hintergrund wird da gerade daran gearbeitet, dass es möglicherweise dann nicht so weit kommt, dass das jedes Mal bei den Stewards landet. Wobei ich auch bei den Stewards schon ein bisschen reingehorcht habe. Und da hieß es, es würde wahrscheinlich im Zweifel auf eine Geldstrafe hinauslaufen. Will Louis Hamilton also seine Piercings mit dem aktuellen Reglement behalten und tragen, muss er dafür bei jedem Rennen oder in jeder Trainingssitzung mit einer Geldstrafe rechnen. Es ist aber natürlich ein schwieriges Thema. Die Fahrer haben ohnehin nicht mehr besonders viele Möglichkeiten, sich zu individualisieren in ihrem Auto. Und Körperschmuck ist da so eine Sache. Aber der Körperschmuck widerspricht eben leider den Zielen der FIA und der Sicherheit. Deswegen will der Rennleiter da durchgreifen. Hätte er gewusst, dass er damit so ein großes Fass aufmacht. Ich bin mir nicht sicher, ob er es gemacht hätte. Das Problem ist, das Fass wurde jetzt aufgemacht. Und dann ist es schwer, da wieder zurückzurudern. Denn der Rennleiter braucht eben eine gewisse Autorität. Ich glaube, im Hintergrund passieren da gerade ein paar Sachen. Man versucht das irgendwie zu beschwichtigen. Schmuck war aber nicht die einzige Thematik. Es ging auch um feuerfeste Unterwäsche. Feuerfeste Unterwäsche ist ja Pflicht, in der Formel 1 zu tragen unter dem Rennoverall. Wir kennen alle diese Nomix-Unterwäsche. Und dann ist die große Frage, was trägt man drunter? Unterwäsche ist ja eigentlich schon einfach, das trägt man auf dem Körper. Und unter der normalen Kleidung in der Formel 1 gibt es aber Fahrer, die mögen diese Nomix-Unterhose nicht unbedingt am Körper spüren. Und deswegen haben sie da eigene Unterwäsche getragen. Diese Unterwäsche ist aber nicht feuerfest. Und auch das kann dazu führen, wenn es wirklich mal zu einem Brand kommen sollte, dass schwere Verletzungen davon getragen werden. Deswegen hat auch da Rennleiter Nils Wittig durchgegriffen und hat gesagt, Moment, ihr müsst auch, wenn ihr irgendwas drunter tragen wollt, auch da feuerfeste Wäsche drunter tragen. Ich habe mich am Fahrerfeld mal so ein bisschen umgehört, auch bei ehemaligen Fahrern. Die meinten, ich habe immer ganz normal diese feuerfeste Unterwäsche getragen und drunter einfach gar nichts. Es scheint jetzt eine Lösung zu geben. Manche Fahrer sind einfach damit zufrieden, indem man ihnen jetzt eine feuerfeste lange Unterhose gibt, die abschneidet und die wird dann unter dieser langen Unterhose getragen. Das heißt, man trägt jetzt zweimal aufeinander das Gleiche. Klingt ein bisschen komisch, aber der eine oder andere soll sich da wohler fühlen und sicherer ist es auch nicht. Also das ist keine große Thematik, auch wenn es ein bisschen aufgeblasen wurde. Fahrer haben sich da etwas auf den Schlips gedrehten gefühlt. Die Schmuckthematik ist da aber noch ein bisschen schwieriger und da bin ich sehr gespannt, ob man in Miami eine sinnvolle Lösung finden kann. Über Schmuck sprechen wir ja selten, über Schmuckstücke natürlich öfter. Schmuckstücke, das sind die Printmagazine von motorsportmagazin.com. Hier ist die Ausgabe 83, Ausgabe 84 ist gerade eben in den Druck gegangen und wenn ihr die nicht verpassen wollt, unbedingt schnell sein. Denn diese Ausgabe war wieder einigermaßen zeitig vergriffen. Also sichert euch schnell Ausgabe Nummer 84, um am Ende da nicht leer auszugehen bei diesem tollen Schmuckstück und versprochen, das wird auch definitiv beim Fahrerbriefing in Miami nicht verboten, dass ihr so ein Schmuckstück zu Hause auf dem Tisch liegen habt. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen über das Phrasing an sich sprechen. Es gab zu Beginn der Saison verschiedene Gruppen, die haben sich hingesetzt, um zu sehen, wie vermeiden wir diese großen Diskussionen darüber, was erlaubt ist und was nicht. Es war ja nicht nur Abu Dhabi. In Abu Dhabi ist das Ganze gegipfelt, die Diskussionen zwischen Verstappen und Hamilton und der Rennleitung und Red Bull und Mercedes. Es gab aber auch davor schon zahlreiche Zwischenfälle wie in Saudi-Arabien oder in Brasilien, wo es absehbar war, dass das irgendwann explodieren wird. Um das jetzt ein bisschen klarer zu machen, hat man sich eben zusammengesetzt und hat versucht, diese Richtlinien klarer zu formulieren. Zusammen mit der GPDA, der Fahrergewerkschaft, haben wir dann eben ein Dokument verfasst. Dieses Dokument ist auch an die Öffentlichkeit gekommen, weil man es für die Formel 2 und für die Formel 3 ebenfalls übernommen hat, diese Driving Standards. Da wurden sie dann veröffentlicht, wurden dann aber wieder von der Seite runtergenommen. Trotzdem haben wir dadurch die Möglichkeit gehabt, uns das mal genauer durchzulesen. Es gab auch mal die Idee, das Ganze mit Skizzen zu belegen. Toto Wolf ist damit ja irgendwann mal um die Ecke gekommen mit solchen Skizzen, die es aber nie offiziell gab. Davon ist man aber wieder ein Stück weit abgekommen. Warum? Weil man sich da nicht so hundertprozentig festlegen will. Es sind Richtlinien. Es sind aber keine Schablonen, die man auflegen kann und sagen, okay, das erlaubt, das nicht erlaubt. Man hat versucht, das ein bisschen klarer zu formulieren, auch zu sagen, okay, wenn jemand innen überholt, dann muss er ungefähr mit der Vorderachse am Scheitelpunkt schon vorne sein. Wenn er außen überholt, muss er komplett vorne sein mit der Vorderachse, muss er auch Raum lassen, damit da jeder die Strecke durchfahren kann, ohne die Strecke zu verlassen. Und zwar solche Sachen wurden da nochmal klargestellt. Wie gesagt, Skizzen dazu gibt es nicht. Ob das dann der große Wurf ist, ich wage es zu bezweifeln. Es sind aber immerhin mal Erweiterungen zum International Sporting Code und zum sportlichen Reglement der Formel 1, wo zwar insgesamt so Sachen ganz abstrakt beschrieben werden, wie man sich verhalten muss, aber nie im Detail irgendwie mal auf eine Situation eingegangen wird. Das wird jetzt in diesem Schreiben zumindest außen überholen, innen überholen, abkürzen von Schikanen und so weiter. Ob es das Ende aller Diskussionen ist, natürlich nicht. Es wird immer Diskussionen geben, weil einfach keine Situation eins zu eins mit der anderen vergleichbar ist. Aber man hat sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben. Und wer jetzt sagt, bislang gab es relativ wenig Probleme, der sei daran erinnert, dass wir schon sehr, sehr viele Zwischenfälle in den freien Trainings hatten. Da wurden zahlreiche Fahrer dann zu den Stewards einbestellt. Warum? Weil es um Impeding ging, also um Behindern auf der Rennstrecke. Da gab es mehr Zwischenfälle als je zuvor. Wir erinnern uns vor allem bei den ersten Rennwochenenden in Saudi-Arabien ging es da richtig rund. Die Stewards hatten richtig viel zu tun. Womit ist das zu erklären? Dann ist diese neue Rennleitung deutlich strenger als die zuvor. Also zumindest was den Schmuck und die Unterwäsche angeht, muss man sagen, ja, sie ist strenger. Wenn es um Zwischenfälle auf der Strecke geht, können wir da relativ wenig dazu sagen, außer eben jetzt bei den Behinderungen oder vermeintlichen Behinderungen. Das liegt aber daran, dass die Teams gesagt haben, bei diesen Behinderungen müssen wir aufpassen, nicht nur im Qualifying, sondern auch schon in den Trainings, um da schon zu sehen, wie läuft das, was können wir dann erwarten für das Qualifying, wenn es wirklich zählt. Das hat man so aufgenommen. Das Problem ist, dass es so viele Anhörungen gab, so viel Papierkram, so viel teilweise unnötige Ablenkung, dass man jetzt schon wieder sagt, müssen wir das wirklich schon im freien Training anschauen, ja oder nein. Denn letztendlich bei rumgekommen ist fast nie was. Es gab viele Untersuchungen, viele Anhörungen, aber Strafen, die gab es nicht wirklich mehr als in der Vergangenheit. Insofern, was ist das Fazit? Das neue System, es funktioniert zumindest bis hierher. Teilweise muss dann noch ein bisschen feinjustiert werden, auch mit der Zusammenarbeit zwischen dem virtuellen Raum und der Rennleitung. zum Beispiel auch bei diesen Untersuchungen für das ganze Impeding, auch da wird ein bisschen nachjustiert. Die Feuerprobe, die gab es aber noch nicht, denn so richtig strittige Szenen auf der Strecke, da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis auch teilweise der WM-Kampf ein bisschen hitziger wird. Und jetzt ist die erste Feuerprobe schon mal im wahrsten Sinne des Wortes. Wie geht es mit dem Schmuck weiter? Lewis Hamilton hat ja schon angekündigt, er wird da nichts ändern. Im Hintergrund wird, wie gesagt, ein bisschen gearbeitet, aber eine endgültige Lösung ist aktuell noch nicht in Sicht. Seien wir gespannt, nicht nur auf das neue Rennen in Miami, auf die Strecke und so weiter, sondern auch, wie sich diese Causa weiterentwickelt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was ihr da tut, unbedingt motorsportmagazin.com, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch noch ein Däumchen da oder wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns auch in die Kommentare, was wir noch verbessern können.